Obwohl sich die Beziehungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten verschlechtert haben, betont der Iran, dass er nicht die Beseitigung des gewählten Präsidenten Donald Trump fordert. Diese Tatsache wurde von dem bekannten amerikanischen Medium Wall Street Journal veröffentlicht. Dafür hat sich der Iran nicht nur mit Worten begnügt, sondern hat der Biden-Administrationen im vergangenen Monat eine schriftliche Garantie gegeben. Laut amerikanischen Beamten handelte es sich um einen geheimen Austausch, der darauf abzielte, die Spannungen zwischen Teheran und Washington zu beruhigen, während der Republikaner sich auf seine Rückkehr ins Weiße Haus vorbereitet. Amerikanische Medien berichten, dass die iranische Botschaft am 14. Oktober übergeben wurde und als Antwort auf eine private schriftliche Warnung, die im September von den Amerikanern an Teheran gesendet wurde, kam. Amerikanische Beamte sagten, dass es die öffentliche Botschaft der Administration widerspiegelte, dass sie die Bedrohungen gegen Trump als eine Angelegenheit von nationaler Sicherheit auf höchster Ebene betrachtete und dass jeder Versuch auf sein Leben als Akt des Krieges behandelt werden würde. Die iranischen Versuche, so die Amerikaner, waren zahlreich, seit der Iran sich verzlichtet hat, sich gegen Trump für seine Entscheidung zu rächen, den amerikanischen Drohnenangriff im Januar 2020 anzuordnen. Der Qasem Soleimani, den Anführer der Quds-Truppen, tötete, die für die geheimen militärischen Operationen des Iran im Ausland verantwortlich sind. Amerikanische Beamte sagen, dass der Iran auch versucht hat, anderen Beamten der Trump-Administration, die an der Soleimani-Operation und der umfassenderen Politik des maximalen Drucks gegen den Iran beteiligt waren, zu schaden. Amn. 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 Amn.